Nun, Alkohlerfahrung ist natürlich mehr oder minderall umfassend, der Missbrauch etwa bei 10% und eine manifeste Abhängigkeit liegt doch immerhin schon bei 4% vor. Cannabis, das ist in unserer Gesellschaft inzwischen eine weit verbreitete Substanz, das ist dann, möchte ich schon fast sagen, eine Alltagsdroge geworden und wiederum, ob das gut ist oder ob es uns recht ist oder nicht, etwa ein Drittel, in Innsbruck sind es sicher, 50, 60% der jungen Menschen haben Cannabis zumindest schon einmal probiert. Das Problem dieser Substanz ist die Abhängigkeit bei häufigem Konsum. Schauen Sie, diese Diskussion, ist Cannabis gefährlicher oder ist nicht gesunder als Alkohol, die wird sehr häufig geführt. Ich denke mir, man muss diese Frage mit Augenmaß behandeln und dazu gehört, dass man sehr wohl auf Cannabis, auf die Gefahren hinweisen darf. Früher, wenn man gesagt hat, Cannabis ist auch gefährlich, hat man es verstockt und vorgestrig und erzkonservativ gegolten. Aber in meiner Jugend war der Cannabis, also der Gehalt der Wirksubstanz am Cannabis, circa 0,2, 0,3%. Heute für 10% aufwärts. Das heißt also, wir argumentieren oft mit Argumenten, die wir für Leichtbier verwenden, für alkoholfreies Bier, für Schnaps. Das ist eigentlich diese Situation. Das Cannabis, weil damals der Flower Power Generation kann man nicht mehr mit dem von heute vergleichen. Und Cannabis macht natürlich weder Leberzirrhose, noch fällt man tot um, noch beginnt man in der Regel also durchzudrehen. Das Gefährliche, glaube ich, an dieser Substanz ist, dass es sehr friedlich, sehr entspannt macht und dem jungen Menschen ein Stück weit Lebenstüchtigkeit nimmt. In meinem Alltag als Suchttherapeut spielt sich das vollendermaßen ab. Da kommt eine Frau mit ihrem Sohn, einem großen, starken, jungen Mann, circa 18-Jährigen, und sagt, schauen Sie, das ist mein Sohn, der hat vor einem Jahr zwei die Lehre abgebrochen, hat in der siebten Klasse Gymnasium aufs Gestiegen, seither hält er sich vornehmlich in seinem Zimmer auf, das schaut aus wie eine Müllhalde, raucht friedlich, ist sehr hilfsbereit und sagt immer, im nächsten Monat fange ich dann an, aufzuhören und nächste Woche steige ich wieder in den Beruf ein. Das nimmt einem irgendwie so den Humor und auch den Lebenskampf. Und das ist, denke ich mir, dieses Unspektakuläre, ist das eigentlich Spektakuläre am Cannabis. Ecstasy ist inzwischen wieder vermehrt verbreitet, das hat seit ungefähr einem halben Jahr sozusagen einen Revival, das ist eine Glücksdroge, das ist eine Substanz, die den jungen Menschen vor allem das Gefühl gibt, ich bin großartig, wer hätte das nicht gern? Ich liebe gleichzeitig die ganze Welt, ich bin mit allen Menschen verbunden und es geht mir sehr, sehr gut dabei. Jetzt werden Sie sagen, genau den Zustand erlebe ich, wenn ich vor dem Computer sitze. Ich bin einzigartig, hole die Welt herein und bin gleichzeitig mit allen Rechnern der Welt und aller Information verbunden. Und diese Parallelität ist zweifelsohne Verblüften, wie wir überhaupt sagen können, Suchtmittel haben immer auch so einen Bezug zum jeweiligen Zeitgeist, zur jeweiligen Mode, wenn man sagen will. Nun, meine Damen und Herren, ich werfe einen kurzen Blick in die Zukunft, aber ich muss Sie beunruhigen, ich bin noch nicht ganz am Ende. Wie wird sich die Sucht weiterentwickeln? Ich glaube, das große Problem werden nicht die Drogen sein, von denen wir gehört haben, die bleiben zum Teil auf mehr oder minder hohem Niveau. Das große Problem sehe ich in den sogenannten Verhaltenssüchten. Es ist natürlich so, es kann fast jedes menschliche Verhalten zur Sucht werden. Denken Sie an die Arbeitssucht, die ist in meinem Bundesland Vorarlberg von hohem Ansehen. Denken Sie an die Eifersucht, für die sind die Frauen geplagt. Denken Sie an die Streitsucht, das ist eine Domäne der Männer, glaube ich. Denken Sie an die Kaufspiel-Internet-Online-Fernsehsucht und so weiter. Aber tatsächlich geht man davon aus, dass diese Segnungen der Menschheit, die wir durchs Internet und so weiter haben, ich meine das nicht ironisch. Das sind riesen Fortschritte. Ich bin übrigens, ich staune, wie der Herr Magister das vorher so grandios vorbereitet hat, mit allem Drum und Dran. Also das ist etwas Tolles. Aber für einen Teil der User wird es zum Problem. Man geht davon aus, dass 3,5% der Internet-Benützer süchtig drauf werden. Das habe ich auch schon oft gesehen. Junge Männer, die 60, 65 oder noch mehr Stunden vor dem Rechner sitzen und erst aufhören, wenn sie kollabieren. Allerdings, der Leidensdruck ist bemerkenswert gering. Der Leidensdruck ist sehr groß bei den Angehörigen, aber die Betroffenen sagen, das lassen wir doch nicht nehmen. Und wenn wir uns das alles genau überlegen, was geschieht hier eigentlich mit diesen Verhaltenssüchten, mit diesen virtuellen Süchten, wenn ich so sagen darf, das kostet uns natürlich viel Zeit, viel Engagement und vor allem sehr viel Geld. Die Schweiz, bekanntermaßen nicht das ärmste Land auf dieser Welt. Und eines, wo alles körig sein muss, als alles richtig und ordentlich sein muss, hat kürzlich einen Erlass herausgegeben, dass man den Bundesdienst, also die Bundesangestellten, YouTube und so weiter nicht mehr benutzen darf, weil dadurch der schweizerischen Volkswirtschaft 16% verloren ging. Weil sich die Leute da in diesem Netz 2 und so weiter während der Dienstzeit bewegen, im Prinzip emigrieren. Und man sagt, wir haben jetzt einen ähnlichen Schaden, wie früher, als die Schweizer rausgewandert sind, nach Kanada, nach Australien und den USA. Die emigrieren ja auch im Prinzip, indem sie die Arbeitszeit wegleben. Und diese Verhaltenssüchte, die werden von allerhöchstem Interesse, da gibt es manchmal auch ganz unerwartete Folgen. Wissen Sie zum Beispiel, was das größte Problem ist, wenn man zu viel vor dem Computer sitzt? Eins des ersten 30 Jahren kommen wird, Haltungsschäden, orthopädische Leiden, Übergewichtigkeit, Diabetes, Melitus, Typ 2. Also die Juset-Generation, die wird wahrscheinlich irgendwann einmal schwere Zivilisationskrankheiten haben. Oder denken Sie an die Spielsucht, Der Mensch muss natürlich spielen, das ist gar keine Frage. Aber vor zehn Jahren hat man noch gesagt, 1,2% werden spielsüchtig, also das Spiel wird dominant. Aber damals war es noch etwas schwieriger. Da hat man Krawatte umbinden müssen und wahrscheinlich noch ein Bankhausfutter herbringen und das Läumungszeugnis, wenn Gott will und so weiter. Also es war nicht so einfach zu spielen und spielsüchtig zu werden. Heute ist das ganz einfach. Ich kann im Pyjama oder im Nachthimm, oder überhaupt geträscht, wie ich will, nachts um vier zum Computer gehen und spielen beginnen. Und das hat dazu geführt, dass die Spielsucht sozusagen Krankensprünge macht. Wir haben heute in meinem Krankenhaus, könnten wir das halbe Belegen mit Spielsüchtigen. Also die Hälfte der Bitten, die wir für Alkoholkranke brauchen, könnten wir, wenn wir dazu in der Lage wären, von der Kapazität her, mit Spielsüchtigen aufnehmen. Das ist also ein weit verbreitetes Phänomen. Nun, ich bin der Letzte, der Ihnen die Freude nehmen will. Das heißt, mir ist sehr wohl bewusst, man kann jede Droge und jedes Verhalten und jedes Suchtmittel ganz normal gebrauchen. Wenn Sie anschließend rausgehen, und ich weiß nicht, ob Ihnen der Herr Magister ein Viertel serviert oder so, und Sie trinken dann, damit der Abend auch einen praktischen Anstieg bekommt, sagen wir, achtet allein, und fahren dann halt nicht gerade Auto oder so, dann hat das doch nicht mit Sucht zu tun oder mit Missbrauch. Das ist doch eine tolle Geschichte im Prinzip. Und wenn Sie gelegentlich miteinander schnappsen und was man in Tirol alles spielt, dann ist das ja auch nichts Süchtiges. Also der Gebrauch auch von Drogen ist dann ausnehmend wichtiger. Denken wir an die Krebstherapie, wie furchtbar und arm wäre die, wenn wir hier nicht ganz wirksame Schmerzmittel, Objate hätten. Und bei keiner Droge können wir von vornherein sagen, sie ist schlecht, sondern allein die Dosis macht das Gift. Und diese differenzierte Betrachtungsweise ist wichtig. Wir können natürlich auch eine Droge missbrauchen. Das heißt, wir verwenden sie in zu hoher Dosis und zu häufiger Frequenz. Also wenn Sie sagen würden, damit der Abend wirklich feucht und saftig wird, trinke ich fünf Bier, und dann beginne ich mit meiner Gatten über die Probleme meiner Partnerschaft zu diskutieren, dann ist das schon ein bisschen eine gefährliche Situation. Da bin ich noch nicht süchtig, aber das ist immerhin etwas, das sozusagen riskantes Verhalten begünstigt, weil Sie gerade so wissend lächeln. Drogen haben ja auch einen sehr starken Bezug zur Kriminalität. Also wenn man ehrlich ist, ist es der wichtigste kriminegene Faktor überhaupt. Es wird in keinem zweiter Kriminalität so viel Geld umgesetzt, wie im Drogenhandel, im Illegalen. Und da gibt es auch wiederum unglaubliche Zusammenhänge, zum Beispiel, dass Einbrecher und Diebe Abstinenzler sein müssen, wenn sie zu hohem Zumpf gehören, weil es den Profi-Einbrechern ein Risiko erscheint, dass jemand betrunken ist und so weiter. Aber eines wollte ich Ihnen vielleicht auch sagen, wenn man in Österreich nicht Opfer eines Tötungsdeliktes werden will, dann ist es nicht erforderlich, dass Sie dunkle Gassen und den schwarzen Tarn meiden und andere gefährliche Regionen. Da ist die Gefahr ausnehmend gering. Die größte Gefahr, Opfer eines Tötungsdeliktes zu werden, ist folgende Situation, Zusammensein, also Beziehungsproblem, mit einem circa 20- bis 30-Jährigen, als Altersgruppe 20- bis 30-Jährigen Mann, männliches Geschlecht, Männer sind ja die Bösen, zwölfmal häufiger als die Frauen, einen Streit haben, das ist nun ein häufiges Vorkommnis, und dieser 20- bis 30-Jährige Mann ist leicht bis mittelgradig alkoholisiert, jetzt werden die jungen Frauen unter Ihnen ganz blass, weil sie sagen, das habe ich ja gestern Abend gehabt, aber das ist tatsächlich der Fall, das ist so, Beziehungsdelikte unter der enthemmenden Wirkung einer Substanz, das ist das Maßgebende. Die sind nicht süchtig, weder die, die Arbeitsunfälle haben, noch die, die Straßenverkehrsunfälle haben, die Süchtigen haben meist eh keinen Führerschein, und auch nicht die, die in Kriminaldaten verwickelt sind, sondern die vorübergehende Aussetzung der Hemmfaktoren, der Kontrollfaktoren führt zu all diesen Problemen, ich habe gesagt, auch die Haushaltsunfälle, weil wir nachher ein bisschen von Arbeitsunfällen sprechen, es gibt Untersuchungen, dass bei 28% der Fälle, wo sich Frauen in die Finger schneiden und sich elektrisieren und von einem Stuhl fallen und so weiter, Alkohol schlichtweg die Ursache ist, das möchte ich nur ohne Kommentar und ohne Häme und so weiter, als Mann einfach hinten rausstecken. um accidents soých, es gibt auch andere Entscheidungen, O denn alles should I